Ja klar, ich hab doch gar keine Ahnung von 8-jährigen Mädchen. Aber vielleicht ist es ja ein Ding des Schicksals, dass ich mein Leben nochmal komplett umkrempeln soll. Du willst sie wirklich bei dir haben? Wie stellst du dir das vor? Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Ach komm, ich hab doch noch nie davor zurückgescheut, was Neues zu machen. Super, Clara, das machst du ganz toll! Sie ist ein Naturtalent. Von wem sie das noch hat? Sie kommen und gehen, aber den Apfelkuchen werden wir alleine essen. Hallo, ich habe Ihre Telefonnummer auf meiner Hand. Ich habe die Telefonnummer auf meiner Hand.